Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier heute auf diesem Kanal. Vor dem gleichen, Leute, heute bringen wir ja gleich das bauen bei. Aber Leute, by the way, wir werden das heute so machen. Er gleich wird heute, wird heute bauen und sobald er einen Fehler macht, er baut jetzt, hör mal auf, bau mal bitte den Leuten was vor. Herr gleich, bitte. Bitte hör auf zu nerven. So nerven. Huch, hoch, 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 boom. Okay, also er gleich, ich baue mal bitte vor. Okay, Leute, ich baue euch heute vor, was er gleich machen muss. Das hier, das hier, das hier, das hier. So, und hier unten werden wir jetzt gleich die Wand abbauen. Und für jeden Fehler, der er macht, gibt es einen Schuss hier auf die Treppe. Und wenn er drei Fehler macht, fällt das ganze Ding runter. Kannst du bitte aufhören? Fang an! Ich noskop nochmal einmal auf dich. Hab dich so gebeten. Ich hab ihn getroffen, Leute. So, auf. Fang an. Ja, erster. Die Wand muss weh. Oh, ich weiß. Okay. Wenn du mich einmal abfalls. Aber ich... Es geht sofort mit Stress. Oh, ich habe das echt. Oh, nein. Nein, nein. Einmal deswegen. Weil du den Trainer abschießt, kriegst du schon das Ding runtergeholt. ich treffe selbst schuld und der zweite Fehler und der dritte Fehler und damit fällt alles runter und damit müssen wir nicht aufs Geil über angekommen schade und auf und auf Take the 100 und los los gehts weiter gehts ja gleich nein soll ich dich mal abschnitten Schade ich versuche dich zum Auskochen Schade und weiter so weiter gehts ja gleich und das nächste Mal darfst du jetzt wieder genau das gleiche bauen und let's go genau so das kann wieder weg ähm und damit ist der erste Fehler geschehen auf aufzusnipen aufzusnipen wo sind sie denn da oh 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 da gleich jetzt machen sie mal hin also ehrlich so also ich bau mich jetzt hier ein und jetzt los bau da hinten ist ja gleich nein das funktioniert nicht gleich nein das funktioniert nicht guck mal guck mal wie weit ich gekommen bin krass oder was warum hey ich hab mir so viel Glück da bau bau brauchst du noch einschüssen bis gut bau hey gleich bau ich schieß uns hey gleich bau 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 warum hast du immer irgendeine wand weg weil guck mal ich baue die extra ich baue extra diese Dreckswand und du schießt sie mir jetzt mal weg ja natürlich muss ich nein nein da hab ich auch wenigstens mehr möglichkeiten ok 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 wofür baue ich die wenn du sie mir extra wegschießt gut dann schieß ich aber mit der Diegel was dann schießt mir der Diegel zwei Schüsse braucht die pro Treppe und Wand brauch jeweils zwei Schüsse guck Achtung ich demonstriere das ganz kurz weil manchmal kurz bis die aufgeladen ist hier siehst du die Wand hier vorne hier okay mh so ok was du wenigstens eine Chance mehr und die erste Chance das verweilert nicht ich lasse es ok es ah und der nächste Fehler ist geschehen Herr Gleich? Was ist das hier oben? Herr Gleich, was ist das hier oben? Siehst du das? Was soll das denn sein? Hier. Das nennt man eine Augenbraue. Nein, das nicht. Da innen drin ist was. Pass mal drüber. Herr Gleich! Was soll denn da sein? Augenbraue. Nein, das hier. Guck, hier. Oder sowas. Okay, los, weiter. Weiter. Ja, toll. Total aus dem Konzept gebracht. Oh, 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 krass. Herr Gleich. Uff. Und da ist dann nichts auf Fehler geschehen. Und du darfst dir noch einen Fehler erlauben. Also, du darfst dir gar keinen Fehler mehr erlauben. Du schiehst einfach auf mich, ne? Und du darfst den Weg unten. Ich hab nicht geschossen. Du hättest aber geschossen. Nein, ich hab nicht geschossen. Und damit hast du dir die Chance auch schon... Nein, du kannst hochlaufen. Hier an der Seite. Es ist der gleich. Hier. Der gleich! Ich weiß gar nicht welches von diesen... Hier! Hier! So. Bauen wir das einmal... Ah, den brauchst du ja noch. Hau auf damit! Mach hoch und bau weiter. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich ziehe gerne auf dich. Das ist so schön. Oh, ist das schön. Ist das schön. Oh, was Spaß. Oh, Gott. Du sollst nicht deinen... Oh Gott! Man, jetzt soll es so in Ewigkeit, bis ich unten bin. Okay, ihr habt trotzdem jeden Fehler. Du brauchst gar nicht zu denken, dass ich keinen Fehler sehe. Wenn du einen Fehler machst, machst du einen Fehler und dann kriegst du wieder einen Schuss auf den Weg. Und dann ist der erste Fehler. Und der zweite Fehler. Und der nächste Fehler. Und der zweite Fehler. Und damit der letzte. Und jetzt fällt das ganze Ding wieder mal zusammen. Und wir starten mit einer neuen Runde. Ich schwöre dir. In Mathe. Wir werden die gleiche Scheiße auch machen. Oh, Leute. Ich schwöre dir, du wirst jetzt die Mathe-Hölle gehen. Ach nee, ganz natürlich nicht. Ohne Scheiße. Und wenn du dann rumfließt, dann schwöre ich dir. Nein, das ist ja kein Spiel. Mathe ist ja kein Spiel, okay? Das ist ja ein Spiel. Das ist ja ein Spiel. Das macht sogar Spaß, weißt du? Aufwäcker. Die Mathe machen wir das bestimmt nicht so. Doch. Nein. Doch. Nein. Schieße ich dich auch ständig runter. Geht gar nicht. Was? Ja, du hast. Geht nicht. Auf. Auf. Los. Sollte ich bei jeder Treppe stehen bleiben? Das ist nicht Sinn, das ist weg der Sache. Und... Was ist ein Fehler? Hä? Was ist ein Fehler? Haha. Was ist ein Fehler denn? Ne? Und der nächste Fehler. Und der nächste Fehler. Sinn und Zwecke ist nicht stehen bleiben, Herr Gleis. Das kriegst du noch. Sonst wird es den Grund hergehoben. Okay. Und der letzte Fehler. Ja. Okay. Hör auf. Hör auf. Nein. Nein. Boom. 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 Und nächste Runde. Jetzt kommen wir gleich. Jetzt mal ohne Scheiß. Was soll mir das denn, bitteschön? Also nur mal zur Erklärung an die Leute, ja? Ich soll jetzt was lernen, was ich dann in 50-50-Modus anwenden soll. Was soll mir bitte schon diese Scheiße in 50-50-Modus anwenden? Dann machst du 90s. Okay? Mach mal 90s. Leute, im nächsten Part gibt es 90s mit der gleich. Bis dann rein und tschüss. Und jetzt aus 30-50-Modus. Auch mal vorм天. Aber säkul. Bauz.